Hallo und herzlich willkommen. Die dritte Kerze am Adventkranz wird entzündet. Ja, heute habe ich irgendwie ein ganz tolles Thema. Homestaging zu Weihnachten. Ich liebe es. Wenn Sie riechen könnten, wie gut der Kranz riecht, werden Sie begeistert. Ich finde es nett, wenn man zu Weihnachten Tannenduft riecht, den Punsch vielleicht ab und zu riecht oder auch die ganz einfachen Kekses, die gebacken werden und die einen so das Hüftgold, das man dann in Jänner abtrainieren muss, verursachen. Genießen Sie Weihnachten zu Hause. Gehen Sie weg, schauen Sie sich einmal das an, was Sie sich nie vornehmen. Wie wäre es zum Beispiel, wenn Sie über eine Christkindlmacht gehen und nachher in die Nationalbibliothek oder in das Neue Weltmuseum. Das ist für mich ein Stressabbau, den man sich gar nicht besser vorstellen kann. Es wird dann alles ein bisschen relativer und Weihnachten kann in seiner vollen Güte genossen werden. Wir wohnen in einer der schönsten und tollsten Städte der Welt. Touristen kommen von weit her, um diese Sachen zu sehen. Wie oft, ganz ehrlich, waren Sie schon in einem Museum, außerberuflich natürlich. Genießen Sie es. Genießen Sie den Tannenduft. Genießen Sie, dass Sie in einer Stadt leben, die so ein umfangreiches Bildungsangebot hat. Und tun Sie einmal was anderes. Tun Sie sich selbst was Gutes und schenken Sie sich einen Tag in einer der schönsten Städte der Welt. Tschüss.